Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Es trifft sich ganz gut, dass ich gleich im Anschluss an den letzten Tagesordnungspunkt die Gelegenheit habe, auch persönlich noch etwas Redezeit dazu zu verwenden, um auf die Vorwürfe vom Herrn Bundesminister Rauch einzugehen. Wir wissen, Herr Bundesminister, was uns unterscheidet. Ich arbeite seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten in der Gesundheitsbranche als selbstständiger Apotheker und als Pharma-Großhändler. Ich bin jeden Tag in Kontakt mit Menschen, die Probleme im Gesundheitssystem erst aus erster Hand erleben. Sie haben nicht einmal eineinhalb, ein Dreivierteljahre Erfahrung im Gesundheitsbereich, werden nach dieser Periode in die Pension verschwinden und ich werde mich weitere Jahrzehnte für die Sorgen und Wünsche der Menschen einsetzen und versuchen, das österreichische Gesundheitssystem zu einem Besseren zu machen. Und wenn Sie meine Vorschläge genau durchgelesen hätten, dann wüssten Sie, dass in vielen Zielen, die Sie proklamiert haben, wir durchaus einer Meinung sind, dass nur der Weg, den Sie hier beschreiten, ein falscher ist. Und dass ich Ihnen das aufgezeigt habe und dass wir hier konkrete Gegenvorschläge haben, auch auf der Tagesordnung stehen gehabt haben, auch im jetzigen Tagesordnungspunkt, wieder konkrete Vorschläge von der Freiheitlichen Partei und mir ausgearbeitet worden sind, die Sie alle ignoriert haben, wo Sie nicht einmal in Diskussionen eingetreten sind, die Sie, so wie im vorigen Tagesordnungspunkt Originalzitat, als Schwachsinn bezeichnet haben. Ich frage mich, wie Ihre Erfolgsbilanz aussehen wird. Ich befürchte, es wird eine schlechte sein und Leidtragende werden nicht Sie sein, der in die Pension entschwinden wird, sondern Leidtragende sind die Patienten und die Menschen hier in Österreich. Das ist das Traurige. Und schauen wir uns an, was Sie im Arzneimittelbereich denn zusammengebracht haben. Wie die Liste der nicht verfügbaren Arzneimittel eingesetzt worden ist und über das BASC systematisch erfasst worden sind, war das eine Liste von ca. 250 Arzneimitteln, die in Österreich nicht verfügbar waren Ende 2019, Anfang 2020. Aktuell stehen wir bei einem Stand zwischen 800 und 1.000 Arzneispezialitäten in Österreich, die nicht verfügbar sind, Herr Minister. Jetzt frage ich Sie, was haben Sie in Ihrer Amtszeit gemacht? Was haben Ihre Vorgänger gemacht, um diese Situation zu verbessern? Gar nichts. Sie haben im Frühling nicht reagiert, wie schon offensichtlich war, dass wir im jetzigen Winter erneut in Lieferschwierigkeiten bei Antibiotika und Schmerzmitteln kommen. Wir haben die Vorschläge schon Ende Frühling in den Gesundheitsausschuss eingebracht. Sie haben nichts gemacht. Jetzt kommen Sie mit einem Vorschlag zur Wirkstoffbevorratung und einer Kostenabdeckung. Dafür frage ich Sie, für wie viele der knapp 1.000 nicht lieferbaren Arzneispezialitäten haben Sie denn Wirkstoffe besorgt und eingelagert, dass hier die Versorgung sichergestellt werden kann? Ich weiß es noch von keinem einzigen, aber vielleicht haben Sie fünf, sechs zusammengebracht. Ich möchte Ihnen allen ja nur aufzeigen, dass das, was hier verkündet wird an Maßnahmen, Finanzierung der Sicherstellung der Arzneimittelversorgung schlicht und ergreifend nicht stattfindet. Und wir sind im österreichischen Gesundheitssystem, in der österreichischen Arzneimittelversorgungskette tatsächlich unmittelbar vor einem Kollaps gestanden, weil die pharmazeutischen Großhändler gesagt haben, Sie können bei den gestiegenen Kosten diese ganz billigen Arzneimittel nicht mehr kostendeckend distributieren. Und wenn es da nicht eine finanzielle Entschädigung gibt, eine Anpassung der Spannern, dann werden Sie diese Arzneimittel aussortieren. Und da sprechen wir bitte von Massenversorgung. Da sprechen wir eben von Schmerzmitteln, von Antibiotika, von Blutdruckmitteln, von Antidiabetikern und, und, und. Das, was die gesamte Bevölkerung braucht. Und jetzt kommen Sie mit einem Vorschlag daher, wo Sie auf quartalsweisen Antrag der Großhändler einen Bagatellbetrag sozusagen bereit sind zu zahlen, mit einem riesigen bürokratischen Aufwand und dem Risiko der Rückerstattung, mordskomplizierter Abrechnung, anstatt dass Sie das Grundproblem bei der Wurzel packen und eine nachhaltige Lösung schaffen, nämlich eine Überarbeitung des Spannensystems bzw. der Einführung einer Grundpauschale für die Distribution, damit die Versorgung mit Arzneimitteln in Österreich wieder gesichert ist. Und das braucht es übrigens nicht nur beim pharmazeutischen Großhandel, das braucht es auch bei den öffentlichen Apotheken, weil dort ist der gesamte Kassenbereich defizitär. Wenn Sie mit den Vertretern der Ärztekammer reden, dann würden Sie Ihnen die Daten vorlegen, dann sehen Sie das schwarz auf weiß. Das ist nicht an den Haaren herbeigezaubert, das ist kein Lobbyismus. Das ist schlicht und ergreifend wirtschaftliche Realität. Wenn die Erstattungspreise gesetzlich geregelt sind und nicht angepasst werden und die Inflation galoppiert und alle Kosten explodieren, dann geht sich das irgendwann mal nicht mehr aus. Und dieser Zeitpunkt ist nicht nur erreicht, dieser Zeitpunkt ist überschritten. Wer nicht handelt, das sind Sie, Herr Minister. Und das ist das Traurige. Sie riskieren die Gesundheit der Menschen in diesem Land, auch bei der Arzneimittelversorgung. Besser wird es wohl erst, wenn Sie gegangen sind. Auf das werden wir auch noch erwarten. Vielen Dank. Am Wort ist der Abgeordneter Ralf Schallmeiner. Bitte, Herr Abgeordneter.